Unsere FAQs zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Sie werden es wahrscheinlich schon mitbekommen haben, wir haben auf unserer Internetseite auf Rentenbescheid24.de gleich auf der Startseite ein neues Bild eingebracht mit den sogenannten FAQs für die Energiepreispauschale für Rentner. Wir haben so viele Anfragen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner zum 1.12.2022 bekommen, dass wir de facto diese nicht mehr beantworten konnten. Fast jeden Tag 40, 50 Anfragen waren einfach nicht mehr zu beantworten und auch nicht mehr zu lösen. Wir haben aus den vielen Anfragen die 15 oder glaube ich 16 wichtigsten Fragestellungen, die auch sich häufig wiederholt haben, herausgefiltert und haben dann auf unserer Internetseite ein FAQ gemacht mit den entsprechenden Fragen. Und wenn Sie sich schon mal orientieren wollen zum Thema Energiepreispauschale für Rentner, welche Anspruchsvoraussetzungen, wie das abgewickelt wird, wann der Zahlungstermin ist, was passiert, wenn ich Rentner bin oder wenn ich Mehrfachrentner bin oder wenn mehrere Rentner in einem Haushalt leben oder wenn der Rentner im Ausland lebt und und und. Viele, viele Fragen. Dazu haben wir auch die entsprechenden kurzen, knappen Antworten in den FAQs gegeben. Daher würde ich mich freuen, wenn Sie sich dort einfach mal erst mal orientieren und bei weiteren Fragen selbstverständlich können Sie uns dann auch eine E-Mail schicken. Diese werden wir unter den entsprechenden Möglichkeiten versuchen zu beantworten. Ansonsten schauen Sie sich bitte unser FAQ an zum Thema Energiepreispauschale für Rentner. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.